Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Europawahl – Pläne zu Verteidigung, Migration und Klimaschutz Die vorgeschlagenen Strategien der Parteien für die anstehenden Europawahlen Die vorgeschlagenen Strategien der Parteien für die anstehenden Europawahlen Im Vorfeld der Europawahlen werben die politischen Parteien mit ambitionierten Ideen und konkreten Plänen. Hier eine Übersicht der vorgeschlagenen Strategien der verschiedenen Parteien. Die Konservativen, die Europäische Volkspartei, EVP, als konservative und christdemokratische Kraft fokussiert auf die Förderung der traditionellen Werte und der Rolle Europas in der Welt. Sie verspricht die Beibehaltung eines stabilen und sicheren Europas und betont die Einheit zwischen den Mitgliedstaaten. Ihre Kampagne konzentriert sich auf Migration, Sicherheit, Beschäftigung und Wachstum. Die Sozialdemokraten, SND, die Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten, SND, setzt auf eine gerechte und soziale Europäische Union. Sie kämpfen für eine vertiefte wirtschaftliche und soziale Integration, mit Schwerpunkt auf Beschäftigung, sozialer Gerechtigkeit und Steuergerechtigkeit. Zusätzlich rufen sie zu stärkeren Maßnahmen gegen den Klimawandel und eine humanere Einwanderungspolitik auf. Die Liberalen, die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, fördert Wirtschaftsliberalismus und freien Markt. Sie plädiert für eine stärkere EU, die in der Lage ist, gemeinsame Lösungen für gemeinsame Herausforderungen zu finden und betont die Wichtigkeit von Bildung und Innovation. Zu ihren Hauptanliegen gehören auch Bürgerrechte und der Schutz der Privatsphäre. Die Grünen setzen sich für eine nachhaltige Zukunft und den Umweltschutz ein. Sie fordern einen schnelleren Übergang zu erneuerbaren Energien und eine stärkere EU-Führung in der globalen Klimapolitik. Darüber hinaus plädieren sie für eine stärkere Einbindung der Bürger in die politischen Entscheidungsprozesse. Die Rechtspopulisten werben mit der Wiedererlangung der nationalen Souveränität und der Begrenzung der Einwanderung. Sie argumentieren gegen die EU als supranationale Institution und sind für eine weniger integrierte EU. Ihre Kampagnen sind oft national orientiert und gegen die etablierten politischen Eliten gerichtet. Während die Parteien in ihren Anliegen und Visionen unterschiedlich sind, sind sie alle bestrebt, die europäische Integration in bestimmten Bereichen zu stärken. Wie die Wahl ausfallen wird, ist noch ungewiss. Doch klar ist, dass sie grundlegende Auswirkungen auf die Zukunft von Europa haben wird. Quellen Euro-Septicism and the Future of Europe Views from the Capitals by Michael Kading, Johannes Pollack and Paul Schmidt The European Parliament and its International Relations by Stelios Stavridis and Daniela Herrera Elections in Europe, a Data Handbook by Dieter Nolan and Philipp Stöver Audor Anita Farke, Dienstag 7 Mai 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.